herzlich willkommen meine herrschaften zu meinem let's play victoria 2 mit österreich und gerade eben wo ich das spiel neu hochgeladen neu geladen habe bin ich darauf gekommen wir spielen schreiben spiel gerade den 9 september 1914 das ist einige tage nachdem österreich serbien den krieg erklärt hat wodurch es in weiterer folge zum zum ersten weltkrieg gekommen ist so weit sind wir schon gekommen in unserem spiel haben wir ja schon zwei große kriege hinter uns ich weiß nicht genau ob man sie wirklich als weltkriege bezeichnen kann die ganze welt war nicht involviert beim zweiten vielleicht etwas mehr als beim ersten schauen wir mal vielleicht kommt noch so was für sich für uns wäre das nicht so schlecht weil ich darauf gekommen bin dass in diesen großen kriegen die kriegsgründe viel viel billiger sind bezüglich unserer infamie ja auf was zweites bin ich auch drauf gekommen ich bin letztens darauf gekommen warum wir keine panzer produzieren das hat einen ganz einfachen grund wenn wir hier beim haushalt schauen da gibt es ja diese die vorräte die wir brauchen und unter anderem gibt es hier für das militär steht hier wie viel wir von den einzelnen handelsgütern brauchen und mittlerweile brauchen wir geschützrohre für unsere truppen um sie aufrecht zu erhalten bzw um die organisation aufrecht zu erhalten von unseren truppen und zwar brauchen wir in der einstellung 30 prozent 7,7 panzer pro tag da wir aber also jetzt geht es also vorhin waren wir nicht auf 30 prozent auf 70 prozent oder so da wir aber der da ist derzeit aber auf der welt nur eine produktion von 12,67 panzer pro tag gibt kann das ein problem sein also wir haben vorher eingestellt gehabt glaube ich 60 oder 70 prozent oder vielleicht sogar 100 prozent 70 prozent wenn schon sein waren nur die geschütze die wir zu viel hatten ja mal sagen wir haben 65 prozent dass wir 65 prozent haben sehen wir hier dass die geschützrohre rot sind und zwar deswegen weil wir eigentlich 16,7 bräuchten aber nur 12,7 derzeit produziert wird das heißt sämtliche geschütze die wir kaufen sämtliche panzer die wir kaufen gehen in die erhaltung der bereits erhalten der bereits vorhandenen panzer und deswegen gehen wir noch rund auf 30 prozent dann brauchen wir nicht ganz so viele panzer und die restlichen panzer können wir hoffentlich kaufen um neue panzer herzustellen ja hätte ich das auch erwähnt na gut dann machen wir einfach weiter mal gut mit etwas glück eine flotte brauchen wir noch wenn wir die fertig haben müssten wir eigentlich in der lage sein auch den oman zu einem bundesstaat zu machen dann kann man dort auch dann können wir dort auch fabriken bauen die schlacht von karlsruhe ich wusste gar nicht dass ich in karlsruhe bin oh das ist noch einer vom letzten krieg schau mal schauen wir mal ob man jetzt tatsächlich ja tatsächlich wir bauen jetzt panzer dinge gibt es man lernt eben nie aus da oder so dann jetzt das ist Um noch mehr zu verhindern, die wollen alle unbedingt das Universalwahlrecht haben, aber nicht mit mir, also nicht solange ich es verhindern kann, obwohl unsere Militanz steckt schon extrem schnell. Na gut, was haben wir hier? Was ist die Wurzeln? Ach so, stimmt. Da unterstützen wir ja die Colombianer und ich wundere mich gar nicht, wo ich da selbst nicht kämpfe. Schwer wie eine Bereitigung. Wir könnten Bukara den Krieg erklären. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Mal abgesehen davon, dass... Ha! Ein Schiff! Wie gesagt, Katze und Moos gesetzt. Äh, wir wollen mir bewusst sein. Wir können den Uman zu einem... Äh, wie heißt das? Zu einem Bundesstaat? Ja, zu einem Staat in unserer Nation machen. Okay. Da, Mitherschöften. Schauen wir mal. Da unten mal an. Hat bereits 21% Österreicher. Ja, ist halt eine relativ kleine Provinz. Muss man auch dazu sagen. Gut. Jetzt haben wir die Reaktionärs. Ach nein, wir können keine Fabriken bauen. Auch die Lehrenstaaten anzeigen. Oman. Okay, meine Kapitalisten haben echt viel Kapital. 190.000, obwohl sie nur 1.200 bräuchten. Ja, immerhin etwas. Okay, so. Was ich mir auch gedacht habe, was man natürlich schauen könnte, sollte, ist diese neun Provinzen. Kongo und der Oman. Was haben denn die für eine Anzahl an geistlichen 1,9%? Sie sind eh nicht so schlecht. Und die 3,1% ist sogar sehr gut. Schau, schau. Da brauchen wir eh nichts investieren dort. Damit sie bessere Alphabetisierung haben. Tatsächlich zählt die Alphabetisierung nur von unseren Bundesstaaten. Also wenn man Kolonien zu Bundesstaaten macht, sinkt meistens die Alphabetisierung. Weil in den Kolonien kann ich die Leute natürlich nicht lesen und schreiben. So, wie schaut das aus mit den nationalen Foki? Schade. Es ist 0,66% in Somaliland. 0,4% hier in Sinai. Um 0,3% in Unterägypten. Die sind alle relativ schon gut mittlerweile von Österreichern besiedelt. Angestellte müssen wir eh noch in diesen Gebieten fördern, wo wir gerade drinnen sind. Passt. Achso, wartet mal. Ha. Ja. Ein Panzer fehlt noch. Aber ansonsten seid ihr fertig. Das heißt, ihr könnt euch benennen. Oh, die haben wir auch nicht genannt. Also ist die Koloniale Armee. Die wievielte? Die siebte Koloniale Armee. Tja. Anführer. Das ist ein guter Anführer. So, euch fehlt auch noch der Panzer. Aber die kommen eh bald. So. So, nein. Hier bleibt es noch da wegen des Panzers. Fünfte Armee kriegt auch einen Namen. Und zwar das ist die... Aber ich bin offenbar schon nicht mehr bei mir. Da habe ich nicht die 27. Sondern die 37. geschrieben. Gut. Die 28. Armee ist das. X, 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 V, I, I. Und auch hier kriegt es einen Anführer. So. Jetzt noch mal, ob man noch was gescheit ist, fähig. Aber das ist doch ganz gut aus. So, jetzt sind wir schon fast 50% Liberale, bist du wahnsinnig. Nicht schlecht. Viel gut. Kampfschiffe werden besser. Schauen wir mal. Luftfahrt sollten wir in diesem Ding schon abschließen. Da können wir dann auch Flugzeuge bauen, Studienkreis erneut. Naja, Prestige, Prestige. Wohin du? Nach Salzburg. Wo geht es da her? Okay, start her. Gut. Wo hatte ich doch noch einen 30er. Das habe ich noch gesehen. Da kommen noch welche. In Balboa, also der Übersee-Region. Und Kaputli und Mitra. Oh. Balboa, der ist schon dort. Natürlich. Der braucht nicht mehr hingehen. Der hat Geisischst arrive. Schlange also was, die ame. Spach. Ja. ACE-L vaccine. setzt ihn wundervoll. Gut, da ist der Sammelpunkt, das heißt, den werden wir mal nach dem Zumba setzen. Das ist nicht der Sammelpunkt. Wo sammeln sich diese Kinderchens? Wurscht, das sehe ich dann nicht gleich. Okay, hahaha, heute bin ich echt schon müde. Da bleibt es noch gar nicht zu spät. Hm, Venedig. Ah, verstehe ich, das ist noch nicht da. Hm, hm, hm. Hm, ne, komm und hol jetzt auch ganz mehr, hm. Hm, ah, das sehe ich alles nicht. Hm. Die Ernehmung im Oberhaus ist absolut perfekt. So kann ich immer zu denen zurückstreifen, äh, zurückgehen. Wenn wir einen Krieg führen. Wir sollten eigentlich eh was anderes machen. Nicht mehr die Warenwitzigen da. Floppenangriff steigt, sehr gut. Hm, ich will ein paar die Tomaten. Die wir irgendjemanden in den Rachen werfen können. In Japanern zum Beispiel. Ähm, wir wollen ein Bündnis Algerien? Nein, ich will kein Bündnis mit euch. Gibt es ja wohl nicht. Interessiert Algerien? Hm, hm. Noch mehr Liberale schauen. Wir haben eine große Entdeckung, nämlich Gustav von Schmöller, äh, Schmoller. Schmollers Kritik an den neoklassischen Wirtschaftsansätzen führte zu einem berühmten Methodenstreit mit Karl Menger. Obwohl die meisten der Ansicht sind, dass er die Debatte schlicht durch die Verweigerung jeglicher Diskussion verlor, es ist überliefert, dass er Mengers Untersuchungen kommentarlos zurückgeschickt und eine Art von Halbkritik veröffentlicht hatte, in der er Mengers Arbeit als nicht des Diesens wert bezeichnete, änderte dies nichts an seinem Einfluss auf das Berufungssystem an deutschen Universitäten. Schmöller konnte klassische und neoklassische Wirtschaftstheorie größtenteils von der deutschen Wirtschaftslehre fernhalten, was ihm ewigen Ruhm als dem damals einzigen potenziellen Herausforderer von Mengers österreichischer Schule einbrachte. Nur schauen. Gustav Schmoller verfügte auch über wichtige politische Verbindungen. Im Jahr 1872 gründete er den Verein für Sozialpolitik einer größtenteils aus konservativen Wirtschaftswissenschaftlern bestehenden Gruppe, die eine Art Verknüpfung von korporativistischen Staat und Industriearbeit unterstützte. Liberale beklagten ihre Befürwortung des staatlichen Interventionismus und nannten Schmoller und die Historiokraten Kathedersozialisten oder Stuhlsozialisten. Eine spöttische Bezeichnung, die sie nie völlig vergessen machen konnten. Na schau an. Ein konservativer Anleger eher der Herr Schmoller. Die österreichische Wirtschaftslehre war eher brutaler Neoliberalismus. Etwas, was wir heute vor allem in den USA haben. Was ganz interessant ist, weil die USA zu diesem Zeitpunkt eher die soziale Marktwirtschaft in etwas versucht hat vorzudringen, was wir heute als soziale Marktwirtschaft bezeichnen würden. Das ist etwas, was die Leute drücken in Amerika heute als Kommunismus bezeichnen würden. Obwohl es natürlich nichts mit Kommunismus zu tun hat. Ja, ok. Naja, also wurscht. Noch mehr Bewusstsein fürs Reich ist nicht schlecht. Bewusstsein an und für sich ist jetzt nicht so das Schlechteste. Ach weh. Ich hab's gewusst, ich hätte da gleich drinnen bleiben sollen und mir meine Leute anschauen sollen. Wo ist Bayern? Krümpelfix. Könntet ihr nicht auf den Deutschen losgehen? Nationalisten, Venezianische. Na, schau was an. Das ist ja wohl eher lächerlich, oder? Das ist ja wohl eher lächerlich, oder? Ja. Und das ist ja wohl eher lächerlich, oder? Katz-und-Maus-Gesetze. Nein, wir werden keine Militantie erhöhen, wenn es in irgendeiner Weise möglich ist. Gut, das zu den Rebellen. Gut, aber eigentlich, das könnte ich mal in der Pause aufmachen, dann brauchen wir noch ein oder zwei Armeen vielleicht. Vielleicht sogar. Vielleicht sogar. Gleich eine doppelte Armee, wo alles doppelt drinnen vorkommt. Was? Nein. Hey, wir haben die Luftwaffe abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, können wir jetzt schon... Nein, können wir noch nicht. Dazu müssen wir erst die Luftwaffe erfinden. Schade. Na gut. Marine, Handel, Industrie noch nichts. Marine oder Handel? Hm, Investmentbanken. Oder... Marine Logistik machen wir mal als erstes. Bitte machen wir da auch ein bisschen näher dran. Ähm, und wie schon gesagt, wir werden da jetzt gleich ein Mega herbauen. Ein doppeltes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das sind mal zehn Garde-Soldaten. Dann brauchen wir viermal Artillerie. Eins, zwei, drei, vier. Zweimal Pioniere. Eins, zwei. Zwei Dragoner. Eins, zwei. Zwei Husan. Eins, zwei. Und zwei Pioniere. Eins, zwei. Passt. Alles wird wieder gut. Schlacht von Mietowice. Interessant. So haben wir jetzt noch eine Schlacht überhaupt geschlagen. Ich habe mir auch schon wieder eine Schlacht. Nein, da gehe ich nicht rein. Oh, und wieder Wahl. Na gut, das heißt, das war es nur mit den Reaktionären. So. Mehr Liberale. Mehr Liberale. Jetzt wird es jetzt mit den Staaten. Und man ist schon fast fertig mit seinem Ding. Der Kongo braucht noch ein bisschen, man muss nur so lange. Ach, wisst. Irgendein Admiral ist verstorben von der Ostseeflotte. Und dann haben wir auch schon einen Panzer. Schau, schau. Preußische Nationalisten. Na sowas auch. Wir haben auch schon eine Militanz von 4,68. Puh, das sind doch schon viele. Und dann haben wir auch schon eine Militanz von 4,68. Interessen. Sollten sich hier noch glücklich schätzen, dass sie bei mir im Reich sein dürfen. Lass mich auch mal das drum. Und dann das. Und dann ist es hier. Ja. Gut, was holen wir hier? Ich habe echt keine Ahnung, ich würde ganz gerne die Radikalen an der Macht haben, die sind nämlich promilitärisch, die Konservativen sind mir nämlich einfach zu, was die Politik betrifft. Die sind zwar auch promilitär, aber irgendwie nicht das, was wir wollen. Das stärkt die Konservativen, die sind hier relativ schwach bei uns im Land. Wow. Okay. 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 Es hat nur so ausgeschaut, als wären da so viele Truppen. In Wirklichkeit war da gar keiner mehr. Okay. 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 Ich will das nicht ändern. So. 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 weiter, aber wir sind ein Stückchen weiter an das Ende des Spiels gerückt, quasi. Oh, wo fehlt mir was? Was fehlt da? Ein Hussar. Okay, wir sind etwas näher ans Ende des Spiels gerückt, wir haben circa ein Jahr gespielt. Naja, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder und bis dahin wünsche ich euch gute Nacht, schlaft und träumt was Schönes. Bis dann.